wir hatten ja das problem mit diesen vielen kriegern wir wollten zum langen hals wir wollten erst mal die krieger killen genauso und so bis zehn rum heute und dann muss ich leider ins bett deswegen wird es nur ein kurzer stream heute aber das macht ja nichts so guck mal so wir wollen jetzt auch schon los gleich ach genau stimmt hier waren wir ja hier vorne gewesen ja natürlich habe ich ja hier keine große vorbereitung hier haha witzig da gucken wir mal dass wir die hier irgendwie klarkriegen die jungs wäre ja schon wünschenswert ne meine ich mal so und ich habe gesehen dass ja hier links waren ja schon die größten biester ne sag ich mal so die größten feinde guck mal dass wir irgendwie hier die ausschalten erst links oder so gut und einen hätten wir schon mal ausgeschalten weiter geht's hier weiter geht's hier und denn ich denke mal wenn wir die alle gekillt haben dann können wir vielleicht auch mal ja ran ans werk na sag ich mal so hier ran irgendwie bin ich auch nicht hoch ich habe kaum nicht hoch vielleicht können wir hier so einen zugang nach oben noch finden nein ne 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 no Na gut, wir gehen erst mal... ...die Mörder. Was machen die hier? Ich bin zieht doch nicht hier hoch, Mensch. Wir wollen anscheinend den Langhals fangen. Ach, und ist diese Waffe okay? Oh, stimmt. Das war ja der noch am Weg hier. Moment mal. Moment mal. Moment mal. Ich weiß nicht, ob ich falsch bin. Hä? Wann geht das denn nicht? Feuertraut? Macht's doch gar nicht. Es ist jetzt die Maschine hin. Ach, da oben. Okay. Ui, 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 ui Ui, 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 ui Warum kann ich denn diese Dinger nicht benutzen? Hier fahr ich mal einer Oder wie geht das hier? Achso Blöde Uuh Oha Komm doch mit, du Mistviech Ach, gehen wir doch nicht mit hier? Hast du den Draht hier um Sense hingebastelt oder was? Mach dich bereit! Mach dich bereit! Ah! Mach dich bereit! Ah! Mach dich bereit! Ah! Ohmala! 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 War der letztlich so ein Usher dabei, dieses kündige Ding? Oha, rinnt! Mann, ich wollte doch diese... Ah, ich glaube, ich habe dieses Viech so getrillt. Schenk mir! Vengeance, genau, endlich! Das ist Mist, wie ich gekillt hier habe. Mach's doch los. Ist denn da eh jemand, ne Service-Aware? Kopfschuss war das sogar, Mensch, schön! Kann ich an meiner Feuerwehr wieder einsammeln hier, ne? Wenn die nicht erwünscht sind. Okay. Sie geben auf. Mal hinten rein, müssen wir ja hinten rein. Äh... Von der Seite ging's nicht rein. Also dieses Mist, wie ich habe jedenfalls schon mal gekillt. Das ist schon mal gut. Vielleicht sollte ich mal schnell speichern, oder? Jedes Mal hier. Muss jetzt von Anfang an anfangen hier wieder. Was ist das da hinten? So, jawoll. Müssen wir mal gucken, dass wir die hier alle bissl... Kitten? Okay. Jawoll. Ein Blümchen. Heben ist gut. So, jetzt gucken wir mal, dass wir hier reinkommen. Ans Werk. Ach, da ist doch schon jemand. Da können wir die Treppen nicht hoch, oder was ist mit dem? Ach, da ist doch schon jemand. Da können wir die Treppen nicht hoch, oder was ist mit dem? Du wirst nur gesehen, ne? Du wirst nur gesehen, ne? Bumm. Der war ja auch richtig gut. Der war ja richtig gut, hey. Und Dumme wird's auf einmal hier. Warte mal, die waren alle... Das Land bis dahinter? Ich weiß es jetzt nicht. Ja, das ist so weit weg. So weit weg ist das, was endlich... Hä? Die, äh, mit diesen Dingern wurden ja irgendwo ertrieben gewesen. Da müssen wir halt jetzt erst mal wieder alle... Ähm... Drumherum killen hier die Leute, ne? Sorge schon mal so. Ich freu mich bloß, wie ich hochkommen soll. Vielleicht muss ich halt dann irgendwann wieder abspringen dort auf. Oh, einen Gesundheitstrank. Jawoll. Was ist denn das denn hier in der Rollstuhl oder was? Hä? Okay, dann gehen wir weiter. Ich werde mal gucken, wie ich da hochkomme. Weil ich jetzt selber nicht... Tschüss. Oh, hier drüben ist irgend so ein Boss zum killen. Da ist zumindest ein Dudenkopf obendrauf. Ach, das ist dann mit diesen... Das ist dann mit diesen Geräten, ne? Glaub ich. Mit diesen Starkengerät. Huppeler vorbei. Verdammt, wieder vorbei. αι, ha. Man hat eine SAS papersiert gleich mit... Du bist aber auch vorbei, Junge. Gut, den hätten wir. Du siehst sie. Sie sehen dich nicht. Oho. Okay. Wir müssen uns hier irgendwie vorwagen. Gut, den hätten wir auch schon erst. Okay. Zu den Waffen. Na komm raus. Ich trau mich doch auch mal zu rein hier zu euch. Okay. Ich kann durchatmen. Na, ist klar. Ich glaube, er ist dann niedergefallen. Niedergefallen. Wir sind es ja gar nicht mehr. Wir kriegen die alle noch klar hier. Wir kriegen die klar, die Jungs. Na? Oh, hier steht ja der andere Mensch. Gut, den hätten wir auch. Ich müsste bloß diesen mit diesen... Äh, mit dieser Waffe wäre nicht schlecht dran zu kommen, ne? Derjenige. Gut, den hätten wir. Jetzt kommen sie wieder alle raus aus den Löschern hier. Oh, die sind aber schon noch viele hier, ne? Genau, die sind so. Wuh! Dann, das ist bohich. Pssst! Gut so. Jawohl, den haben wir. So, weg hier. Wooh. Wooh. Und ich hänge hier an der Mauer. An der Mauer hängt die Mauer. Die ihn machen wir dann noch lang. Ja, komm ran hier. Hopp. Gut so, jawoll. Immer her zu mir. Wenn ich mich bis froh ist, wie komme ich hier hoch? Weil hier oben ist ja noch viel. Was weiß ich eigentlich, Mensch? Hm. Oh, wen haben wir denn hier? Jetzt bitte noch mal ablegen. Oder mitnehmen, wie auch immer. Ist egal. Ja, den haben wir. Den haben wir mitgenommen. Ja, aber das ist viel zu schwer, das Ding. Na, guck mal, jetzt können wir hier das mal ablegen. Geh das mal. Danke. Von hier aus müsste ich leicht auf den langen Hals springen können. Ja. Machen wir noch. Machen wir noch. Warte mal, wir können aber noch eins höher steigen, ne? Glaub ich. Richtig nice auf dem langen Hals. Jawohl. Oder hier hoch, vielleicht? Oh, Alter. Scheiße. Ach, das wollte ich jetzt aber nicht hier drauf springen, hey. Na gut, egal. Ich hatte ja gesagt, von hier aus kommen sie ran. Dann machen wir das halt hier von hier, oder? Ja. Warten wir halt noch ein paar Sekündchen und dann springen wir mal dran. Und dann gucken wir mal. Hätten sie zwar noch Leute, aber die sehen die überhaupt nicht. Wird schon gut sein, dann, ne? Prost. Ich glaube, ich kann von hier aus auf den langen Hals springen. Hopp. Jawoll. Sibi, hoch und mir. Hoch und mir. Jawoll. Nice. So, okay. Hopp. Und. Hopp. Hopp. Jawoll. Hopp. Und. Uh. Hopp. Au, was du denn? Junge. Oh, nee. Oh, nee. Oh, was ist denn los mit dir? Psst. Bleib mal sitzen. Häng dich hier in dem langen Hals rum mit dir. Dir und mir. Hier. Psst. Psst. Hopp. Alter Stinger, du. Und drin damit. Und drin damit. Jawoll. Haben wir. Haben wir. Haben. einen langen Hals, Leute. Komm, dann können wir uns auch noch holen, oder? Oder wo sind wir, oder? Nee, können wir gehen erst mal da her. Da wollten wir eh hingehen, ne? Hier. Na, komm mal her. Psst. Psst. Oh, jetzt hat er mich doch glatt umgerampelt. Hilfe. Langen Hals, was machst du denn? Was macht ihr denn? Was ist denn da los? Was soll ich jetzt lesen? Keine Ahnung. Ach, hier unten vielleicht. Was ist denn da? Hologramm. Unbekannter Mann. Mhm. Wenn du mir dienst, leben sie. Wenn nicht, werden ihre Kehlen aufgeschlitzt und ihre Körper in der Sonne verdorren. Mhm. So, das habe ich noch gar nicht angehört hier. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Siehst du? Meinst du mir gefällt das? Es geht nicht besser. Er ist direkt hinter dir. Hiiii. Achso, das ist genau. Alles Gute, Isaac. Papa liebt seinen großen kleinen Mann. Schau, Daddy kann nicht bei dir und Mom sein, aber wir können trotzdem feiern, oder? Klar können wir. Okay. Finden wir schon noch halben Dinger hier, oder? Mei, mei, mei. So, wo sind denn jetzt hier? Sind wir nach Zelda Leda jetzt hier, oder sind die jetzt mittlerweile abgezischt? Oder wie ist das jetzt hier? Ich bin jetzt auch nicht so genau. Na gut, wir gucken mal, ob noch jemand da ist hier. Oder ob die jetzt alle abgezischt sind, keine Ahnung, Leute. Aber eigentlich sind sie bestimmt noch da, die Leute, naja. Hä? Haben wir ja gemacht, ne? Die sind lang halt überbrückt hier. Okay, nochmal, komm. Gerade nochmal rausgeschickt. Jawoll. So, okay. Haben wir ja eigentlich jetzt schön hier. Den langen Hals, äh, jo, wisst ihr, ne? So, hier liegt auch noch irgendwas rum. Ja, keine Ahnung, ob die jetzt alle abgezischt sind, ob die noch da sind. Ne, wir gucken mal jetzt hier lang. Wir gucken mal jetzt rumherum, ob da jemand da ist. Schauen wir mal. Nein, wir gucken mal jetzt mal hier. Ja. Oder sind die vielleicht durch diese Strahlung dann alle umgefallen? Das kann auch sein. Hmm, wirklich. Tschüss. Gute Frage, ne? Na ja, wer weiß. Isn't he a swinge somewhere?